Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Karl, alles gut, sonst ist du 100 Jahre alt, Prost. Ja, ja, schon gut, Elsekin, du übertreib mal nicht. Aber ein paar Jährchen sollen es doch schon noch werden. Also, Prost. Na du, wenn du auch Geburtstag hast, Kalle, ein bisschen Arbeit kannst du mir schon abnehmen, komm. Pack dir mal die Braten, wir stopfen und grillen, ja? Wie immer, Emmerkin, ja. Ach, das läuft doch mal, was? Du hättest doch vorher angefangen. Ja, das dauert ja eh. Also, Prost. Nehmen wir es mal. Nächstes Jahr für Finde, kommt noch einer? Ja, der Herbert. Herbert, was? Herbert, den kennst du von unserer letzten Gartenfete? Der wollte noch vorbeischauen. An der, schreibt der immer noch Krimi? Ja, aber sicher. Du, neulich, da hat der ersten Klingel... Du, guck doch nach den Würsten, dass die nie anbrennen, Karl. Vielleicht sind sie schon gut. Na, was ist denn? Wo sind denn die Würste? Das musst du doch wissen. Du hast doch noch aufgelegt. Cäsar, hast du die Würste gefressen? Da schlagt doch jeder lang hin. Na, da pack doch neue rauf, ja? Na, noch ein Bierchen, ja? Ja, klar, da sag ich doch nicht nein, ja. Trink auch noch. Was ist denn? Bier, ey, man wollte Bier bringen. Na ja, sieht doch aus, als wenn... Ach, das dauert noch eine Weile. So, Bier läuft, ja? Prost, es ist kalt, ja. Prost. Was ist denn? Nun langt das aber, du verkorkster Schimpanse. Jetzt hat der verfluchte Köter die Bratwürste schon wieder verputzt. Der kriegt wohl bei euch nichts zu fressen, ne? Na, also, nein, 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 nein. Der frisst doch nicht sechs Würste hintereinander. Und überhaupt, wie kommt denn der süße Klingel auf den Schrill rauf? Der verbrennt sich ja durch Hoden. Entschuldigt mal, ja? Und überhaupt, Hunde sind an der Nase so empfindlich. Mein Lieberkopf. Herbert, du, dein Wiegenkessel... Ja, ja, Herbert, nun lass mal das, was du sagen willst, für Momang unausgesprochen. Du schreibst doch Krimis. Ja, kleiner. Ja, da bist du genau der richtige Mann und kommst zur rechten Zeit. Du, hier ist was nicht in Ordnung. Ja. Das spukt. Ne, zweimal lege ich Bratwürste auf den Rost. Und zweimal sind sie verschwunden. Naja, wir haben sie nicht gegessen. Und der Köter, so viel haben wir schon rausgekriegt, der hat sie auch nicht gefressen. Herbert, nun frage ich dich. Herbert, wo sind sie? Nee. Nee, sechs Würste sind da nicht drin. Nee. Mal weitersehen. Also am Feuer sind sie auch nicht. Habt ihr mal ne Leiter da? Ja, wozu denn ne Leiter? Na, an der Decke kleben sie nicht. Das sieht man doch so. Mensch, ich will mal aufs Dach. Aufs Dach? Mir schwarnt da was. So ein Blödsinn. Halt, du, die Leiter fest. Na, sei doch vorsichtig. Pssst. Ach, Max und Moritz. Hab ich mir noch gleich gedacht, dass die immer noch ihr Unwesen treiben. Ein Lotto-Büro. Eine als freundlich, aber auch als aufmerksam bekannte Sachbearbeiterin. Und der Lotto-Spieler Otto Lotta, dessen Name bisher in keinerlei zwielichtigen Geschichten aufgetaucht ist. Was also könnten die beiden in einem Telekrimi zu suchen haben? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Otto Lotta. Ich möchte gerne meinen Gewinn abholen. Darf ich bitte mal sehen? Bitte sehr. Danke. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz. Danke Ihnen. Guten Tag. Herr Lotta. Ja, guten Tag. Mein Name ist Tele. Danke dir. Meine Mitarbeiterin übergab mir ein Protokoll der Annahmestelle. Sie haben 20 Lose gespielt. Das klingt ja wie ein Verhör. Ja, ich habe 20 Lose gespielt, aber alle ehrlich erworben und nur eins hat gewonnen. Sie halten mich doch hoffentlich nicht für einen Vertrüger. Nein, 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 bitte beruhigen Sie sich. Meine Kollegin sagte mir, Sie hätten vermutlich noch alle Lose bei sich. Ja, hier. Alle in diesem Umschlag. Bei mir herrscht Ordnung. Und gespielt habe ich eigentlich nur, weil ich zufällig dieses Hufeisen gefunden habe. Aber ich dachte, vielleicht habe ich... Sie haben also noch kein Los weggeworfen? Nein, das sagte ich ja. Herr Lotta. Ja. Darf ich Sie bitten, alle Lose mal hierher zu zählen? Ich weiß gar nicht, was das soll. Gleich ich glaube, dass ich bis drei zählen kann. Aber bitte. 21. Naja, ich bin zwar Buchhalter, aber wenn man aufgeregt ist, da kann das schon mal passieren. Ich probiere es nochmal. 21, das gibt es nicht. Herr Lotta, Sie brauchen nicht nochmal zu zählen, es sind 21. Aber ich habe doch nur 20 Lose gekauft, da können es ja nicht 21 sein. Doch. Und laut Protokoll kam das so. Bitte, vielleicht ist es vielleicht besser, wir spielen die ganze Sache einmal durch. Dann, das wird Ihnen dann sicher helfen. Nehmen wir an, Sie wollten Ihre Lose gerade hier abgeben. Bitte schön, Herr Lotta. Moment, Moment. Also, ich kam kurz vor Ladenschluss, nahm die Scheine, kreuzte sie an, bezahlte, haben die Scheine, bekam die Scheine und das Wechselgeld wieder und dann... Entschuldigen Sie, was auch das... Herr Lotta, sagen Sie, ist Ihnen nicht genau das Gleiche, auch in der Annahmestelle passiert? Ja, was für ein Zufall. Ja, richtig, das ist... Sie sagten, Sie wären kurz vor Ladenschluss gekommen. Waren Sie der letzte Kunde? Kann sein. Äh, Moment, ein kleines Mädchen, die wollte sich immer vordrängen, aber die hatte nur ein Los, glaube ich. Ja, eben. Ein kleines Mädchen noch, bitte, Kollegin Siser, spielen Sie doch einmal das kleine Mädchen. Stellen Sie sich bitte hier zu Herrn Lotta und stellen Sie das kleine Mädchen da. So. Äh, Kollegin Siser, es war ein kleines Mädchen. Herr Lotta, würden Sie bitte folglicherweise jetzt noch den Rest dieser Lose aufheben? Moment, bitte. Alle gleich. So. So. Moment, Herr Lotta, was ist mit diesem Los? Ja, was soll er mir zeigen? Das ist auch ein... Ah, nein. Das ist nicht angekreuzt, das ist nicht mein Los. Ja, sehen Sie, dieses Los hatte ich hierher gelegt, während Sie Ihre Scheine aufgesammelt haben. Und ein solches einzelnes Los hatte die Kollegin an der anderen Stelle gerade dem Mädchen zugeschoben, das Ihnen während sein Los die Banderole erhielt, beim Aufsammeln zusah. Dann gingen Sie, stimmt's? Das stimmt, ja. Das kleine Mädchen. Oh, bitte, Sie dürfen wieder aufstehen. Das... Das dürfen ist gut. Das... Nie wieder Kind spielen, das macht einen ja kaputt. Ja, dann lassen Sie es doch, bitte. Das kleine Mädchen wartete geduldig... Nun bleiben Sie doch oben, Kollegin Zeise, Sie machen mich ja ganz nervös. Das kleine Mädchen wartete also geduldig weiter, als Sie gingen. Ja. Also, den Lottoschein dieses kleinen Mädchens hatten Sie mit eingesteckt, Herr Lotta. Dieses kleine Mädchen war aber wirklich die allerletzte Kundin. Und das gewinnlos trägt die Nummer der letzten an diesem Tage geklebten Banderole. Deshalb wurde das Protokoll gemacht. Der Gewinner ist das kleine Mädchen. Was ist das? Gewinnlos? Gehört dem kleinen Mädchen. Jetzt begreife ich was. Bitte, nehmen Sie mich fest. Aber, Herr Lotta, ich bitte Sie. Es war eben ein Irrtum. Wenn auch ein trauriger für Sie. Da habe ich nur noch eine, bitte. Nehmen Sie das Ding, bitte, mit auf den Schrott. Nein, Herr Lotta, ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Nehmen Sie es mit und verwenden Sie es als Losbeschwerer. Dann bringen Sie die Dinger ja nicht mehr so durcheinander. Und viel Glück beim nächsten Mal. Willi, wie konntest du für uns? Wie konntest du uns sowas antun? Ich brech dich um! Wir wollen ungelückte Menschen. Wir sind ruiniert auf ewig! Wir haben alle Zeit! Weile nicht! Dazu ist jetzt keine Zeit! Das muss ja nicht werden! Also nochmal vom Kohl. Aber genau, wir werden die Rettung und treuen. Also los! Auf mich traue ich das Recht. Oh, verdammte Ohr, will ich also noch ausgeschaut. Ja! Wer hat gewusst, dass du in diesem Ding, in diesem Zimmer, in diesem Zimmer, in der Paris warst? Keiner, ich schwör's! Oh, 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 die Sparzen treuern von den Dächern, das ganze Ort, wo es so läuft. Oh, oh, oh! Also hast du die Giste aufgemacht? Ja, sag' ich an dir gerne über den Ofen. Ja! Er hat geweckt und ist herübergekommen. Er wollte nur aus Benserville und dann wollte er dir... Ja! Er wäre so glücklich, hat er gesagt. Er hätte eine Erbschaft gemacht und dann könne er endlich heiraten. Und ich... Ich dachte doch, er meint mich. Ich schlitt dabei, wenn mein Herr Schörle... ...die Torte von Schule, der rennt doch... ...dieser...dieser... ...dieser... Man muss weiter! Kannst du nicht jedes Mal aus deiner Hase ziehen? Ja, und da... ...da hat dich die Kinder reingereinander und du trafst... ...und wir gleich... ...der... 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 ...den... ...an... ...ich meine, ich wäre tot! Wir können die Sachen ausprobieren und zählen. Das könnte doch noch Selbstmord gewesen sein. Blut sind doch nicht in unserer Kiste. Überleg mal, er hat gesagt, und wahrscheinlich hat er das allen Leuten gesagt, dass er noch spinnt so viel geht. Das ist gut. Er könnte im Wald überfallen worden sein. Niemand weiß ja, dass er hier war. Er könnte jetzt den Hilfslehrer umgehen. Ich könnte doch einmal mitnehmen. Guten Tag. Er hat's gehört mir. Ja, ich hab's gehört. Und er muss mir das Hundes von daher. Der Lieder ist schon direkt ausgehört. Und ich will den Hilfslehrer heiraten. Und ich will auch meine Hilfung. Sie hat mir ja schon zugesagt. Du weißt ja, dass du nicht bei mir sitzen. Schade. Und ich will den Hilfslehrer. Und ich will den Hilfslehrer, der ist ja gut. Ist er gut? Sie haben gehört, wie ich fragte, wer denn hier sphärren ermorden würde. Vielleicht sogar noch mehr. Es tut mir leid, aber das ergibt ein Problem. Sie haben mich noch in der Frau überwacht. Da drin liegt in der Kiste. Milli war es, eifersucht auf die Tochter des Schuldirektors. Und Sie, lieber Wexte, haben leider mitgehört und könnten sich ja eventuell erinnern. Ich habe auch einmal in der Kiste, weil ich nicht vorn bin. Das ist eine Patientik. Und auch nicht. Das ist eine Patientik. Das ist eine Patientik. Aber ich bin meine Patientik. Ich hab die Patientik. Ich habe auch schon mitgehört. Ich hab die Patientik. Das ist eine Patientik. Ja, komm, 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 komm. Los, schiebe meinen Punkt zu. Bisschen Kapps, dass ich verstehe. Und jetzt den Kisten der Geil. Ja, so, genau drauf. Okay, ist recht. Na, so, Herr Bexter, so schön maßen Raum tue er nicht. Aber jetzt kann ich nicht mehr passieren. Hier, die wär's gewähren. So, komm jetzt mal hoch, mein Gesang. Sie brauchen jetzt erst mal Wasser. Ist doch, ist doch alles geknärrt. So. Na, Milga, stehst du da oben kucklig lauf, um am Pflaster? Du siehst doch hier, Mr. Bexter hat sich bei seinem Rundkopf verletzt. Was soll ich denn machen? Ah! Alter, ist... Ich denke, der ist tot. Was ist hier tot? Ich will auch ein Pflaster. Ich hab so blöde Kistendittel. Ach... Pond bleu mit geschäumter Butter und Weißwein. Dieses Weinchen eigentlich glänzend vor dem Rotwein getroffen zu werden. Jeder andere wird den Rotwein, seinen Geschmack, seine Blume zerstören. Es wäre aber wahr, als einen anderen vor dem Rotwein zu reichen. Was heißt es nicht? Ein köstliches Weinchen, nicht wahr? Ich bin gespannt, was unser lieber Mr. Turtle zu dem Rotwein sagen wird. Es ist ein seltener Jahrgang, den niemand kennt. Man könnte von einer Rarität sprechen, da die Produktion des Weinbaus war so gering, dass ein Fremder eigentlich gar nicht in den Besitz des Weines kommen kann. Mir ist es nur unter immensen Schwierigkeiten gelungen, die Palmflaschen zu erstehen. Aber nun, meine verehrten Freunde, kommt hier der Rotwein, der Höhepunkt des Abends. Mr. Turtle, der Höhepunkt der Rotwein. Ich will den zugleich vorhin. Herr Hohl, versenden Sie doch den Butler-Hausbau auf meinen Ton. Damit mit so einem edlen Tropfen hole ich selbst. Er steht in meinem Arbeitszimmer auf dem grünen Treikästchen mit gezogenen Korken, damit er atmen kann. Er steht 24 Stunden in bester Temperatur völlig zugfrei. Mr. Turtle selbst, glaub mir den Ort, ihn dort aufzubewahren. Ja, das stimmt. Und wie steht das Klaffer? Diesen Veränder hatten Sie nie. Das schaffen Sie nicht. Niemand, nicht in 100 Jahren. Ein französischer Wunder. Selbstverständlich. Von einem kleinen Gerechenkund. Für recht, für recht auch nicht. Aber er ist ein großer Werker. Dafür garantiere ich. Dann dürfte es nicht schwierig sein, ihn zu raten. Das ist zu schwer für Sie in der Zeit. Aber wenn Sie unbedingt wollen, wir können wetten. Abgemacht. Eine Kiste davon wäre üblich. Oder wollen wir den Einsatz erhöhen? Darf ich. Ich möchte Sie nicht doch hingehen. Das schaffen Sie nie. Ich möchte gut aus. Ich möchte gut aus. Meines. Mike, hör mir den Unsinn an. Es gibt dieses Kind Unsinn in meines Lebens. Ich möchte mit Ihnen um die andere Tochter so gut. Daddy, das ist kein Witz mehr. Sibyl. Beruhige dich, mein Kind. Es ist mehr als ein Scherz. Er kann die Wette nicht gewinnen. Geh wird. Ich setze meine beiden Mäuse um. Gegen die Hand ihrer Tochter Sibyl. Oh, meine ehrenhaft angebotene Wette muss man ehrenhaft annehmen. Wenn er die Wette verliert, Sibyl, erhältst du ein beträchtliches Vermögen. Aber ich will kein Vermögen. Sibyl. Er kann die Wette kaum gewinnen. Ich versichere, dass du nicht verlierst. Sei nicht so dumm. Ich versichere. Ich versichere. Ich versichere. Wenn du es sagst. Großartig, Taffel. Die Wettige. Ich versichere. Ich versichere. Also, es ist ein Bordeaux offensichtlich ein Metak. Kommt von der Gemarkung Boyac. Wendlich ist der zu zarteste Zeitraum. Kolschel zurückhaltend entfaltet sich. Sehr anmutig. Heiter und freigiebig. Aber im Nagelschwamm ohne Frage ein Sag. Julien. Oh, bitte unterlassen Sie das. Ja, aber weiter, bitte weiter. Also es ist ein Bordeaux, die Marque de Saint-Gillain, in Medoc. Na gut und schön, aber jetzt kommt das Schwierigste. Der Name des Weingutes. Die Marque des Weins, einen Moment bitte. Es ist kein dein erster Lager und nicht zweiter. Es ist ein dein vierter Lager. Tja, das stimmt. Ich würde sagen, von einem kleinen Weingut in Béchabel oder aus einem der kleinen Güter im Béchabel, warum? Vom Béchabel selbst? Nein. Chateau de Beaune. Nein, auch nicht. Tja, jetzt die Artenwachsen. Das ist der kleine Chateau-Brenneur. Du kommst. Daddy, lass uns den Namen sehen. Ich möchte meine Häuser haben. Was ist los? Was ist denn los? Warte, dich da haben Sie bitte in Arbeit. Daddy, meinst du etwa, dass er es erraten? Dann lass mal wieder einen Vorschlag. Für die muss mein Arbeitszimmer entsprechen, Glyselle. Glyselle, da gibt es nichts mehr zu besprechen. Ich möchte, dass er die Kitzel bittet. Für Sie, Sir, ich glaube, das gehört Ihnen. Vielleicht ist es meins, vielleicht doch nicht. Doch, Sir, es gehört Ihnen. Sie haben es im Arbeitszimmer auf dem grünen Karteikasten liegen lassen, als Sie vor dem Essen einen Augenblick allein in diesem Raum weilten. Es lag neben der rotfreien Flasche. Ich freue mich, dass ich Ihnen behilflich sein konnte. Bitte sehr. Ich freue mich, dass Sie sich kurz entschlossen. Von Elbe über Sommersprosse. Sannis Super-Sprosse-Klub. Nein. Fass mich. Ihr Goldfuchs, hör Sie mich. Ja, natürlich. Top- und Spitzenmanager, Goldfuchs, hier natürlich. Für Sie, ich werde Sie managen. Diese Wärmennummer bringt doch nichts mehr. Ich verschaff Ihnen Renebombenkarriere. Wollen Sie doch? Dankeschön. Natürlich, das verstehe ich nicht. Ich meine, wir müssen da noch jemanden. 80% der Gage und alle Rechte immer an mich. Ich habe schon eine große Idee, wie Sie erst mal auf den Markt bringen. Mensch, Mensch. Nun laufen Sie doch endlich, okay. Die Muschel kann mein Tonmach ja nicht ewig mitlaufen lassen. Ja, natürlich. Abgemacht, okay. Okay. Aber Sie hören von mir. Ja, ich habe es ja Goldfuchs. Aber die Bedingungen, die Bedingungen. Die Bedingungen. Die Bedingungen. Abgehängt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Eigentlich ist es ja marsch. Warte, schau mal, ist ein großer, bekannter, berühmter Künstler. Na eben. Wir sollen Gnade vor Recht ergehen lassen, mein Lieben. Fessel. Fessel. Sieh, wo steht. Sieh. So. Nach hinten, nach hinten. Ach, weißt du, weißt du? Ja. Wenn ich es mir recht überlege, dann könnte er doch, wenn wir weggerannt sind, tipptopp, uns vorprozentieren. Lass mal, lass mal machen. Guck mal, wir bitten ihn, bis er sich nicht mehr rührt. Bis er sich nicht mehr rührt. Und wenn wir ihn dann noch knifeln, sind er längst noch tiefster, tiefster Taupe, bis den jemand als eben diesen Jahr nehmen kann. Den kann er los sein, ey. Aber jetzt abzupfen. Aber das Ziel ist ja hier nicht zu holen. Wirklich hier einfach, weil es nicht mehr هي Gaul displaying, Der Mann und da kann noch nicht in meinem Lader bringen, es sei eine Anmerkung dålig, ist Piviken eine Toilette? Die Polizei hat das Protokoll aufgenommen und wir stehen voll und ganz zur Verfügung. Die Polizei hat das Protokoll aufgenommen. Herr Goldfuchs, hören Sie mich, treffen uns morgen in meinem Büro. Das geht nicht, mein lieber Goldfuchs, ich werde mich ab morgen selber managen, ohne Sie. Ja, ich bringe mich groß raus, morgen kennt mich ganz Europa, ohne Goldfuchs. Herr Goldfuchs, nun lassen Sie mal den Dampf ab, den ganzen Aufentanz mit dem Überfall, wenn Sie das wollen. Die habe ich gemanagt, um Sie populär zu machen, Sie Idiot, Sie. Also Mensch, morgen in meinem Büro und keinen Zitten. Ihr Okay habe ich für alle Fälle noch Band. Was ist denn schon wieder? Stöhnen Sie mich? Ja. Wie werde ich die Detektive Blicker und Klicker piep? Wie werde ich die gemuten? Ach, das regt mich nicht in den Rufen. Lassen Sie ein Tränen, eigentlich bald. Wie werde ich das blicken? Was macht denn Ihr hier? Ja. Bedauere, Milady. Wir haben unseren Spürhund Moskow von der Firma entlassen müssen. Sie wissen, die Krise und die Freispreise. Ach, das regt mich nicht auf. Milady Speisen vegetarisch. Wege was? Tahrisch. Unsere Firma, Milady, ist bemüht, Ihnen einen vollwertigen Ersatz. Also unser Klicker hätte mit dem Moskow mit unvertretenden Koste versichert. Kann man das nicht auf die Koste versichern? Und spürst du noch? Soll aufstehen, der Mann. Wir speisen heute. Und schon bald was speisen wir. In der Koste. Im Koste. Ach, das regt mich nicht auf. Hier, gönnen wir mal. Ach, hier war es. Warum haben wir die beiden eigentlich bestellt? Die Jürgen, doch heute Morgen werden die Gestalten sozusagen im Kreuz, das nicht vorhanden sein kann. Ach, das regt mich nicht auf. Ist sie gestanden? Milady, der Dieter befindet sich noch im Haus und hat es nicht verlasst. Was denn für Tassen? Ach, wie bald kehren Sie die Scherben weg, na los, es muss die beiden Herren bleiben. Danke. Ich habe Sie rufen lassen. Ein Einbrecher hat gestern Abend meine du blähvergründete Brille mit Diamant verschnitten. Weg ist sie. Ach ja, diese wurde gemacht. Die Tür zum Balkon wurde eingeschlagen. Jawohl. Und mit Cäsar dem Polizisten. Wo wurde sie auch dabei? Ein Tür. Meine Lady. Die Scherben auf dem Balkon habe ich. Zeigen Sie. Auf dem Balkon? Auf dem Balkon? Auf dem Balkon? Also, da wurde die Scheibe von ihm eingeschlagen. Äh, dann war es gewiss, die neue Zuse, die mit Cäsar 13. Ich meine, den kann keine Frau geben. Hm, glücklich. Und sie haben's im G以上. Auf dem Balkon. Aber die Frau ist klar. Sie waren der Trainer. Milady, Ihr Butler hat diese Brille mit verschnitten. Jawohl. Autschiebald, Sie? Ach, das hört mich nicht los. Aber warum tat sie solches? Milady, Milady soll wohl in der Mobilseitung nicht lesen können, wie das die Aktien. Milady, die in der Mobilseitung nicht lesen können, wie das die Aktien. Ich dachte, Milady, dieses Ereignis ist das einzige, was Milady aufregen könnte. Ich weiss. Das ist so, dass ich sie bemerken könnte. Ja, genau. Wo ist das? Du hast die Abkriebe. Dann geht es weiter, aber zu Hause. Und zum Teufel, guck mal. Oh, genau. Mama hat mir gedacht, ich bin angesagt und im Moment zum Beispiel klappt sich ein in der Klavierstunde. Aber wo bist du wirklich? Ich meine, was hast du Mademoiselle Dupont gesagt? Ganz einzig, Baby. Mademoiselle Dupont hat einen Entschuldigungszettel bekommen mit der eigenhändigen Unterschrift für Mama. Und so, dann mache ich jetzt einen Krankenbesuch, ich hätte einen Debett. Was meinst du, ich gehönt? Und das mit der goldenen Bogenmappe und dem unvermeidlichen Schirm. Das tut gut. Aber ich müsste dir doch unbedingt erzählen, dass Monsieur... Ich meine, dass Gastron im Herbst sei es dahin aber in Papas Grenzelei eintritt. Ist das wahr? Hundertprozentig. Und das heißt, na? Was heißt das? Das heißt, dass ich ihn jetzt öfter sehen werde. Und er mich. Und schließlich kann ich Papi suchen so oft, ich will. Wir werden noch ein wenig. Ich habe hier in deiner Stelle, wird mich das gar nicht trauen. Weil du ein Schäfchen bist, Bibi. Ein süßes kleines Schäfchen, das eigentlich nur als Personal gehört. Und ich will schon so spät. Ich muss rin, bis du so gut bist, das ist man alles sehr. Tschau, Frau! Mademoiselle? Was tut mir das? Habe ich meinen Schirm an deinen Tisch gemacht? Nein. Du bist so weg. So weg? Fettzott, bei du. Wie stummt man es genau zu sagen? Ist doch nicht möglich. Es ist, Jerry, es ist. Besonders schön war er ja gerade nicht mehr. Ähm, das tun wir es nur, wie sag ich es, Mama? Ich sag einfach, ich habe irgendwie mal nur so eine Geburt vergessen. Ich finde das nächste Mal keine Stunde aus. Nach Tagen fehlen mir bestimmt was ein. Da fehlt mir aber jetzt wirklich was ein. Baby, würdest du mir eingefallen tun? Ja, gern, wenn ich kann. Gehst du für mich zum Funkbüro? Du kennst doch meinen Schirmrot mit weißen Rüschen, die Rüschen an einer Seite etwas ausgefranzt. Wolltest du das für mich tun? Ja, dann. Soll ich gleich gehen? Doch, nicht gleich, Baby. Noch geradeher kann ich da sein. Übermorgen vielleicht frühen Nachmittag. So gegen vier, da ist Mama in der Schneiderin. Gut verstanden. Wunderbar, danke schön. Noch eins. Sieh dir doch bitte die Schrimmung für Büro ganz genau an. So genau, dass du sie mir beschreiben kannst. Ich möchte gerne wissen, was man heute so trägt, weißt du? Mein Gott, schon fünf. Was soll ich hier bloß noch machen? Ich bin über eine Anerkennung, oder so wird sie sein? Ach, ich bin über eine Anerkennung. So ganz dezent, mit einer Kante von lauter Rotgröße. Stell dir vor, du kannst mir vorstellen. Achtung, den war da in der Heddelkram ab, nicht nur Mokette, aber wie in der Wolkenhimmel im November, mit schwarzen Sägenfrenzer, Mann, das ist mir was für ältere Damen. Aber und ein Weiß und ein Traum, sag ich dir, aus lauter spitzen Blümchen, und meine war wirklich nicht dabei. Was ist denn, dass du deine Worte alles erzählt hast und anstatt ich auszuzacken, halte sie dir wohl ein bisschen ein Schiefchen. Meine Moselle, zwei große Eisbücher. Keine Widerrede heute, sag ich. Papa hat mir zehn Frauen zugestellt, weil ich Mama nicht gesagt habe, dass ich ihn gestern mit Mademoiselle voran gesehen habe. einlösen. Aber wo ist es? Es wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Schau dir meinen neuen Schirm ganz genau an. Kommt er dir nicht bekannt vor? Ja, jetzt wo du sagst. Genau so einer war neulich erfunden. Und da ist er jetzt nicht mehr. Du hattest ihn dir so genau beschrieben, dass es für mich ein Kinderspiel war, ihn abzuholen. Aber am Stück. Aber wo ist es? Das ist doch Betrug. Der gehört doch jemand anderem. Ach Pipi. Ohne kleine Tricks kommt man nicht durchs Leben. Das musst du lernen. Und wenn man etwas haben will, dann muss man es sich nehmen. Ob das nun ein Regenschirm ist oder ein Monsieur Gastron. Aber da kommt er ja. Aber schau doch mal Gastron, mein Schirm. Und da hätte ich spüren können, dass ich ihn in der Metro auf Späte lasse. ein altes englisches Schloss. Eine höchst luminöse, vielleicht sogar kriminelle Angelegenheit. Das kann man bei Tele. Kaum. Was sag ich? Unmöglich ohne Mr. Holmes. Und eine Wenigkeit angehen. Gestatten Sie. Dr. Holmes. Das Stichwort heißt James der Butler. Ummm. Tsch metic, nicht? Xi. Es war ja Chainzeng. lane sieht. significant ist. Die Person, der tom Autopfoptionen ist in der West infinity Nein? Meine Damen und Herren, mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Sir, wir haben einen Hinweis erhalten, dass es in Ihrem Schloss mysteriöse Umstände und Verwicklungen gibt, die geeignet wären, einen normalen Menschen an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Einen Hinweis, um genau zu sein, einen anonymen Brief. Pah, mysteriös, in unserer Familie auf Schloss Bimoor ist alles vollkommen klar, durchschaubar klar. Das ist so, seit Richard im Dritten durften wir in Ehre-Sefahren zu kommen sehen. Sie werden sehen, es ist alles sehr einfach. Ich war verheiratet mit Lady Bimoor. Dann habe ich mich von ihr scheitern lassen und habe ihre Mutter geheiratet. Oh, das heißt, wenn ich euch kombiniere, sie haben ihre eigene Schwiegermutter geheiratet? Ja. Nun habe ich aber mit meiner ersten Frau ein Kind, einen Jungen. Darf ich mal ihren Geigenkasten? Oh, ja. Das soll mein Sohn sein. Nun bin ich also der Großvater meines Sohnes, gleichzeitig jedoch der Vater. Und außerdem bin ich der Vater von meiner ersten Frau. Ist das jetzt klar? Ja, ja. Und passen Sie auf. Nun habe ich aber mit meiner neuen Frau... Äh, Sie meinen Ihre ehemalige Schwiegermutter? Ja. Mit ihr habe ich ebenfalls einen Sohn. Geben Sie mal Ihre Laterne. Sie ist der andere Sohn. Nun sind doch die beiden Söhne Brüder, ist doch klar. Ja, ja. Denn ich bin ja von beiden der Vater. Ja. Aber gleichzeitig ist der Jüngere, der Onkel des Älteren. Äh, Meister, das ist ja, äh, verblöflich. Jetzt wird es komplizierter. Wenn das mein Enkel ist, bin ich sein Großvater. Ja, das hatten wir schon. Ja. Aber nun ist es doch so. Nach alt hergebrachter Weise ist der Großvater immer der Vater des Vaters. Ja, ja. Das heißt also, in diesem Falle bin ich doch der Vater von mir selbst. Ja, ich habe das, stimmt. Das heißt, ich bin der Vater von mir selbst, oder meinen eigenen Sohn. Ja, na, na, na. Das ist logisch kombiniert. Aber trotzdem, wer hat denn einen Grund, diesen anonymen Brief zu schreiben? Kann ich ihn sehen? Ja, bitte. Es ist nichts Geschriebenes. Nur aufgeklemmte Buchstaben. Ich schicke ihn her, mich entschuldigen Sie. James, geben Sie zu, diesen Brief geschrieben, geklebt zu haben. Und ich gewesst. Und warum der Grund? Seine Lautschrift hat sie über seine beiden Ehen und über seine zwei Söhne informiert. Ja, das hat er, oder? Was Sie nicht wissen? Seine Lautschrift hat seit zwei Wochen ein Verhältnis mit der Schwester seiner ersten Frau mit Lady Warsnow. Und meine Briefe, die ich weine. Und dann sehen Sie, wenn du, wenn du ein Kind bekommst, dann will dieses Kind, oh Gott, ich, halte das nicht mehr aus. Es kommt am Ende noch soweit, dass seine Botschaft, Herr Schad, der Talente ist unzwertig zu den längstfreundlichen. Von ein bisschen zu anderen. Telen, warte kurz, Kabi. Welches Stück geben wir denn heutiger... Weil ich aban昇 spiele. Ich bin vorgestoßen. Ghusband? Gartropiere. Gartropiere, ja natürlich, ich liebe die Gartropiere. Also Gartropiere, auffälliges Make-up. Nicht mehr die höchste. Was? Na schön, nicht mehr die höchste. Gartropiere sitzt bei einer Despervue, hinter der Mäntel-Tüte, stimmt. Nicht ein Zufall. Sie ist ein, gell? Gartropiere, nicht. Nicht mehr als ohnehin. Wie das alles losgeht. Ach, mal sehen, was passiert. Wie das alles geht? Gartropiere, ja, wieso. Mehr so, niemand, der ist für die Stimme. Es hat es in der Bombay-Zone favorable, die in der Vallekarte fremiert. Wie das ist für die Stimme, die in der Vallekarte. Meine Mante. So? Ja. Einmal. So? Nein, dieser Ding. Natürlich, mein Herr. Sieht doch mal ein bisschen aus, das gute Stück ist. Entschuldigung. Den Hut, bitte. Den Möbel ist es gar nicht. Da bin ich ein. Wie? Geben Sie mir sofort meine Priesttasche wieder. Und ich mache einen Mordsskandal. Was denn für eine Brieftasche? Verstellen Sie sich doch bloß nicht so dumm. Ja. Diesen unerhöhten Trick habe ich durchschaut. Fallen lassen. Und dann in die Brieftasche und den Mantel unter den Tisch. Ich habe nicht. Also geben Sie sie raus. Also ich habe Ihre Brieftasche nicht gesehen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich verpfinde mir das. Ich habe es nicht hier. In diese Tasche gehabt. Und nun ist sie raus. Was? 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 Was müssen Sie mir dessen mal beweisen? Was? Was werde ich Ihnen verweisen? Was? Und die Polizei. Bitte, bitte, bitte. Gestohlen worden. Das wird aufgeklärt. Rufen Sie an. Rufen Sie an. Bitte, bitte. Rufen Sie ruhig. Hallo. Ja, Karl Helmann Merzwald. Ach bitte. Ich bin hier im Pennyclub. Würden Sie bitte einen Beamten sofort vorbeischicken? Ich bin an der Garderobe bestohlen worden. Dann entspricht mir das zusammen. Und meinen Kind. Der hat nicht gern geschickt. Du hast zwar keinen Einzelnen, K様 instal. Gut, dann bleib ich dabei. Ich vergreife, wenn ich einen fremden Brieftaschen brauche. Ich hab genug für Ihre, die mich frei halten. Ja, für ein Protokoll machen kann ich mich irgendwo setzen. Ich sitze hier schon. Ich hab kein Papier. Oh, Moment, Herr Kommissar, bitte schön. Wer schreibt? Ja, das hab ich mir wieder hinterherzählen. Herr Kommissar, ich will ja noch meine Brieftasche wieder haben, weil da will ich ja gar nichts. Können Sie die da nicht mal untersuchen? Ich wende das. Also jedenfalls will ich meine Brieftasche wieder haben. Wie sehen Sie denn aus? Das war's noch einmal Montage. Also, wunderbar, wenn alles, die noch da sind, will ich. Ich bin hier ziemlich einig, finde ich. Ich bin hier, also, wenn es will, dann mach ich hier, 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 den Brieftaschleger ist doch niederlich. Mit 200 ist alles noch da. Können Sie alles nachzählen. Die Mäntelverdorschung kann man vorkommen nicht so. Hier, jetzt, hier haben wir's, die Gemüse, wir haben einen Mantel. Hier können Sie genug abziehen. Das ist alles da. Also, es ist ja auch. Der Jonas. Der Jonas. Der Jonas. Ha, ha. Oh. Da war ich da. Der Jonas eilt, um jemandem Geld wiederzuhören und um seinen alten Mantel abzuholen. Bloß so. Ja. 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 Wenn wir doch mal sehen, was aus dem Mantel dran ist, dass der Jonas schubliebert. Oh. Wo ist der Spieß? Hm? Ja, was haben wir denn hier, Jonas? Was haben wir denn hier? Du, deine Mutter, kannst dich gucken! Oh, 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 oh... Hab' das schon mal her? Ja, ich hab' das schon mal her. Lass mich, du bist gut? Du bist mir alle meine Mutti da, wenn ich in die Trampfunktion mut' Ja, die Mutti bin nur einer Lustergeber-Machin. Es waren einmal zwei Brüder, Hitz und Kunz. Die besaßen eine Mühle. Hitz, der Jüngere, war fleißig und arbeitete von früh bis spät. Weil er so klein war, nannten ihn die Bauern den kleinen Hitz. Kunz, der Ältere, lag den ganzen Tag im Gras und sah das Korn nur in der Flasche. Er war groß und vom Nichtstun dick. Ihn nannte man den großen Kunz. Natürlich gelangte der kleine Hitz zu Wohlstand. Die Bauern waren mit dem Mehl sehr zufrieden. Der große Kunz ließ sein ganzes Geld in der Dorf schenke. So nahm es nicht Wunder, dass er immer ärmer wurde und eines Tages auch das Korn in der Flasche versiegte. Hey, seht mal, er ist tot. Mauser tot ist er. Ihn herumgefallen ist er. Totgearbeit hat er sich. Der Ärmste. Die Bauern konnten das Unglück kaum fassen. Ja. Ja, wenn das so ist, großer Kunz, so wollen wir deinen Bruder zu Grabe tragen. So wie es sich gehört. Nun, lasst uns gehen. Nachdem die trauernden Freunde des kleinen Hintz gegangen waren, erblickte man am Grabe ein altes Bettelweib, das nie vorher gesehen wurde. Es blieb im Dorfe und schlug sich fortan von den Almosen der Bauern durch. Die Bauern fuhren ihr Korn wie immer zur Mühle und wollten es gemahlen haben. Ich male euch nicht, soll doch der Deifel euer Korn holen. Mein Bruder hat mir ihn noch hinterlassen. Wohin mit den Säcken ungemahlenen Korns? Die Bauern waren ratlos, während der große Kunz nur noch im Trunke lebte. Was er da sah in der Nacht, konnte nur ein Trugbild seines Rausches sein. Röbel, der Baberscheid! Ja! Den Kunz hat wohl doch unser Roggen gemahlen! Der Deivel! Der Deivel wird sie tarnarmen. Zu dieser Zeit kam ich, der tapfere Soldat, den sie aus vielen Märchen kennen, ins Dorf und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Den Teufel wollte ich kennenlernen. Ich legte mich des Nachts auf die Lauer. Untertitelung des ZDF, 2020 In der nächsten Nacht wiederholte sich alles genauso. Als die Alte sich davon machen wollte, sprang ich hervor. Hey, Alte! Warte, ein Laubflick! Ein Männerschuh. Nach der dritten Nacht hatte ich mir Verstärkung mitgebracht. Den Bauern Frieder und seine Brüder. Die Alte würden mir schon zur Rede stellen. Sie kommt. Was treibt ihr hier? Ja, wir begrüßen den schönen neuen Tag. Halt! Was magst du, dass dich hier noch so zeigen? Halte ein! Haltet ein! Haltet! Haltet ein! Rede, rede kleiner Hintz. Als mein Bruder bettelarm geworden, hat er mich eines Tages so trunken gemacht, dass ich in einen tiefen Schlaf fiel. Dann hat er euch die Komödie meines Todes vorgespielt. Ich habe mich fortgejagt, einen leeren Sarg beerdigt und sich so in den Besitz meines Geldes und der Mühle gebracht. Wer aber sollte euch nun das Mehl fürs Brot mahlen? So bin ich in dieser Verkleidung zurückgekommen und habe nachts heimlich in der Mühle gearbeitet. Bindet Kunz und bringt ihn in die Stadt. Dort wird er seine gerechte Strafe erhalten. Dir aber, Hintz, wird fortan die Mühle allein gehören. Und wer heute noch das Glück hat, an einer Mühle vorbeizukommen, deren Flügel sich drehen, der weiß dann, dort arbeitet der fleißige, kleine Hintz. Dann wurde er das in der fasen hated Pille. Und zwar auch noch zwei, viele Knotz und hackernified. swimming im Gef spect επ Event ... Ein Jobmann ... Und zwar auch noch zwei, was er solltet ein leer? Dase ich in das nicht lieber sind. Vielen Dank.